Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge MacRoyer 5 Clans. Wir haben unsere MacRoyer ein bisschen Upgraded, ich habe unsere Max ein bisschen angepasst, ich habe den Adder freigeschaltet, mal gucken ob wir den vielleicht auch benutzen können, 35 Tonner, mal schauen was als nächstes kommt. Zwei verschiedene, Target Acquisition und Investigation, nehmen wir Target Acquisition. Die Farbe, die wir in der Nähe des Outposts haben, haben wir in der Nähe des Outposts verwendet. Die Farbe, die in der Nähe des Outposts haben, haben wir in der Nähe des Outposts verwendet. In der Nähe der Remote Location, die Aufregung der Nähe der Nähe des Mech-Aktivitäten durch beide Regulare Stream Patrols und Base Entries. Wie wir planen, wenn sie es sind? Das ist wo du in, Stark Commander. Die Facilität ist zu weit entfernt, um zu verabschieden, Ich möchte deine Cobalt Star zu investigieren. Deine Star wird auf diese Räge eingestellt. Du sollst nach der Mauten gehen, infiltrate jede dieser Facilität und validate ihre Konten. Validate, nicht destroy? AF. Validation only. Wir haben nicht intel und Valisek's Numbers in der Region. Also ist dies nur eine Scouting-Mission. Verwinden, avoid detection, and keep an eye out for enemy patrols. Discover Munitions Warehouses are to be flagged as targets for an airspace fighter attack run by Hawkstar. Foodstuffs and other vital supplies should be identified for later collection, as the Armada is in dire need of resupply after our long trip along the Exodus Road. Once all targets have been investigated, head to the following Exfil location. Hawkstar will do the rest. Good hunting, Cobalt. Good hunting, Cobalt. Confirm. So, wir haben, wir haben tatsächlich mehr Platz. Das heißt, ich würde den Mistlings austauschen gegen die Erder. Das ist ein Pilot. So, und zurück. Damit würden wir die Erder mitnehmen, dann sind wir zum ersten Mal bei 165 von 175. Und deploy. Auf geht's. Ich muss erst mal meine Waffen gucken, glaube ich, anpassen, weil ich habe die Maschinen ganz rausgenommen. Ich glaube, wir haben die Erder mitnehmen, großartig ist, die Erder mitnehmen, das aber in der Erdbeeren soll. Das ist sicher. Das ist sicher. Das ist ein guter Platz vor deinem LZ. Es gibt vielleicht eine Aktivität in der Canyon, aber man muss sich aus der Sicht bleiben, wenn du auf dem Kliff bist. Lowen Profil. Roger. Scott, du bist du? Ich folge dir, Jayden. So. Ich würde so kennen, gebe ich hier mal mich. Oh, wie weit kann sich denn die Weiche überdrehen? Ich würde so gerne wissen, was ich mir da habe. Ich würde so wenigstens schlippern. Ich würde so wenigstens schlippern können. Ich würde so wenigstens schlippern. Oh, mit einem Bein läuft jetzt nicht schlecht. Raven. Ja, sorry. Okay, nur ein bisschen aufpassen, wo ich hinschieße, glaube ich. Ah, Scan-Mode an. Oh, was wir hier so finden können. Oh, okay. Ah, das Problem ist, das ist ja jetzt schon sehr weit weg. Geht nochmal da hin. Ah, ah. Ich bin hier hinweg drauf. Und. 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 Out of Rage. Und. 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 Oh, einer. Weapons Cash. Skaguar Base? Verwärts. Hm. Mach ich sie jetzt durch. Diese inferiorsten Weapons sind von uns. Roger. Zwei zu gehen. Wir sind auf den Weg. Same as before. We get in and out of here without detection. Gentlemen. Eye Eyes. Darkman. Scanning complete. Ah, ich werde auf den Scan. Zwei zu einzig. Okay. Location tagged. Clearing out. Seems like such a waste. These toys hardly count as weapons, Liam. They're useless to us. I still don't like it. Hey, when you take up your illustrious namesakes post as a con, you can do things differently. Very funny. Oh, den Scan. Scanned salvage. Marked for pickup. Und. Mir folgen. Zack. op. didn't happen to berm, dizzy. Wir können die Fälle entfernen. Ki, Aff? Aff, Star-Kolonel. Scannung complete. Star-Komander, diese Scans... Sie sind aufzübbarer Formen. Es gibt Menschen, die da unten befestigt werden. Naomi. Sie haben gesagt, Menschen? Aff? Verruglich! Warum? Warum sie wie ein Fähigkeiten? Für Valisek ist das alles. Das ist alles. Er muss diese Freiborne über Geld verwendet werden. Jaguar Base? Hast du das überhaupt nichts? Reaktion, um diese Prisoner zu bringen, in eine safere Ort. Neg. Attentieren, jetzt, wird nur ihre Leben in gefährlich. Gehen nach dem Markt... Wir können nicht einfach sie verlassen. Geh mir nicht, Mech-Warrior. Als Hawk-1 initiiert, Das klingt vernünftig. Tatsächlich. Das. On me. Das. 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 1. Hostiles mobilizing across the board. Draw them away from those prisoners. Brace for contact. Weapons free. I will put these Desgro pirates in the ground for what they have done. Good. Use that anchor. Keep yourself focused. Target destroyed. Engaging target, Star Commander. It's a bit unfair, just one Spyder here to shoot. Oh, jeez. Oh. Ich hab es nicht mehr. Ich hab das nicht mehr. Ich hab das nicht mehr. Cool if kids don't look at explosions. Bam. Mein linker Arm sieht nicht mehr so gut aus. Oder rechts? Rechter Arm. Kommt hier noch irgendetwas größeres? Nur die Lightmax sind irgendwie ein bisschen lame. Mein Gott, nee. Engage in your target. Sentimus? Hm? Target locked. Anomaly detected. On your target. Oh wow. Mein Gott, wo schießt du denn deine Raketen hin? Au, 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 au. I'm so. What? Alter, was hält der denn aus? Oh, cool. So, mit dem Laserarm. Komponent gone. Still under fire. Reactor going critical. Ejecting. Jaguar base. Field is cleared. Alter. Das ist mein nächstes verloren. Eww. Critical Damage. Ja, schön. Ist nicht mehr viel Mech von geblieben. Den hat so eine Hinz zerlegt. Ach, nee. Dann gehen wir mal. Facilities. Gehen wir mal in unsere... Ach, guck mal. Das reicht schon gar nicht mehr komplett zu reparieren. Bis zum nächsten Punkt. Uuuuuh. Machi malhei. Hahaha. Pfff. 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 das ist jetzt schon mal ein bisschen abgeschlossen research möglichkeiten hier flimmer muss ich nicht haben graus haben wir eh noch nicht im einsatz es wäre nicht schlecht cool und der mit range und speed nehmen wir einmal es kann damit und damit habe ich nicht mehr genug punkt um irgendwas machen components können wir machen structure damage reduction da ist eigentlich nicht schlecht jungen hat mich komponen auch immer noch mitmachen jeden fall möchte ich wirklich probes benutzen barracks gehen wir einmal schnell durch du hast 1160 punkte das heißt du kannst fehlen die punkte schäden kann 1100 der kann die welchen kriegen es war hat 1400 mehr tausend war schon einmal den machen wir ja handling und mir kann auch evasion lernen sehr gut so dann aber ich glaube ich ein problem hat einer mich gar nicht komplett repariert sind bis es mal soweit ist wieder ach mal denn keine punkte bekommen aber ich habe sie verbraucht mir fehlen fünf punkte für einen weiteren tech ja und praktisch den raus den rein machen oder so 12 techs 1 3 6 ok der ist cold storage und wird halt nicht repariert oder wird trotzdem repariert ok aber das war's für heute ein etwas kürzere folge als sonst aber zumindest hat dann auch noch mal den das ganze drumherum so ein bisschen gesehen mit den facilities und barracks hier haben wir noch unread notifications pulse laser cooldown ist fertig sehr gut da war unsere kleine research und damit wünsche ich euch noch einen schönen tag eine schöne woche einen schönen monat und bis demnächst leute macht's gut